Servus Salve und Hallo, wir haben den 18. Juni. Triple Witching, Hexen Sabbat. 17.54 Uhr. Die Settlements sind gemacht worden, auch für die Aktien jetzt eben um 17.36 Uhr. Und das war mal ein heftiger Tag. Endlich kam mal Bewegung rein. Dass ihr seht, das sind mehr oder weniger 2%. Im Moment rechnen wir bei 1,67%. Mit 15.458. 15.458 Schlusskurs war 15.448. Ich muss, das muss ich euch einfach zeigen, ich gehe mal auf die Stunde. So, hier ist die Stunde. Ein schwarzer Pfad nach dem anderen. Da gab es keine einzige weiße Kerze. Die Bänder fett aufgegangen. Und das obere, das der Bewegung entgegengesetzte Wand, neigt auch noch nicht ihr Köpflein. Und, damit wir es gleich auch haben, richtig, 4 Stunden ganz genauso. Wir schließen weit, weit unter dem unteren Band. Nicht schön. Aber gehen wir zurück auf den Tag. Es ist also eins der wenigen Momente in den letzten Monaten. Hier hatten wir mal eins am 4.5., also vor ungefähr 6 Wochen, wo der Markt einfach runtergegangen ist. Und zwischenzeitlich gab es ja ganz, ganz viele Tage, wo wir fett gefallen sind, sofort wieder hoch. Hier zum Beispiel, hier zum Beispiel, da zum Beispiel, hier auch nochmal. Also immer wieder einen schnellen Abverkauf, sofort wieder hoch. Und da musste man zusehen, dass man dabei war. Sonst hat man ein Problem gehabt. Hatten wir heute nicht. Hatten wir nicht. Ich meine festgestellt zu haben, dass insbesondere die Juni-Termine in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren eigentlich immer die schwierigsten waren. Und dass es oftmals auch eine Trendwende war. So weit möchte ich jetzt noch nicht gehen. Aber, wie auch immer, wir haben 300 Punkte, haben wir gemacht. Und zwar ohne echte Gegenwehr. Das ist erstaunlich. Ich muss es immer wieder zeigen. Hier dieses Sentiment von der Euwax. Auch jetzt nochmal. Wir haben 17.56 Uhr. Long, 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 long. Tja. Ist mit Vorsicht zu genießen. Echt mit Vorsicht zu genießen. Ich packe das mal hier unten drunter. Wir sind von den Bändern her relativ eng sogar. Wir haben hier eine sehr gute Unterstützung bei 15.377. Das habe ich heute gespielt. Vielleicht hilft es dem einen anderen, dass ich hier also eine Basis genommen habe. Die war bei 15.320 oder sowas. Weil ich damit nicht geglaubt habe, dass wir das untere Band nach der Bewegung auch noch irgendwie touchieren. Wir sind negativ über die Stochastik. Wir sind negativ über das MACD. Also wenn ich das hier so sehe, muss ich sagen, okay, der Markt hat sein Ding getroffen. Letzte Woche am Sonntag, beziehungsweise am Freitag, habe ich gesagt, dass wir hier nochmal an das Bollinger Band gehen sollten. Und das ist eine ganz wichtige Unterstützung. Die Aktienhandel ist hier bei 15.480. Das haben wir schlicht und ergreifend pulverisiert. Ich finde, dass der Aktienhandel momentan auch nicht besonders einfach ist. Also die ganze Geschichte hier ist ziemlich schwierig zu handeln, finde ich. Es ist nicht einfach nur, wir gehen mal short und dann 300 Punkte, danke, tschüss. Nein. Also es gibt bei den Aktien auch Bewegungen, die kann man weder vorher ahnen noch nachvollziehen. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich bin der Meinung, dass wir vor diesem Hintergrund hier und da und auch in der Stunde und in vier Stunden noch uns mal mit tieferen Kursen beschäftigen werden am Montag. Das hier ist der Kurs vom 27.05. und das Low ist bei 15.353. Ich möchte nicht sagen, dass das verbindet mit dem unteren Band, das ist bei 15.377. Aber damit muss man rechnen, dass wir nochmal irgendwie 100 Punkte da unten drauflegen. Und da muss man wirklich schauen, was dann passiert. Wie gesagt, so Verfallstermine, das sind oftmals so Peaks oder Lows, also Peaks nach oben oder unten, die dann irgendwie eine für die nächsten Monate gültige Bewertung haben. Die Umsätze sind groß, sehr, sehr groß. Und ich glaube einfach, das ist hier für die nächsten Wochen, sagen wir mal bis Ende August, ist der Bereich 15.800 ein Widerstand, der so nicht gebrochen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass wir hier diesen Bereich hier nochmal unternehmen, durchaus bis zur 14.800. Und da muss man mal schauen. Aber das ist keine Eintagsliege hier. Deswegen habe ich folgende Scheine genommen. Der erste, den ich genommen habe, ist der 15.064. Das ist der Call. Da sind wir ungefähr hier. Der ist nur, aber auch nur und ausschließlich dann, wenn wir hier die 15.800 rausnehmen. Und ich glaube es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde hier deutlicher negativ skeptisch. Wir drücken es so aus, wie Sie wollen. Ich mag den Markt hier nicht mehr. Ich werde hier nicht mehr so viel Long gehen. Ich habe Longs in Aktien, die mit dem DAX an sich nicht viel zu tun haben. Aber ich suche tendenziell eher Shorts hier in Deutschland und in Frankreich. Vom Butt her. Da bin ich ziemlich frech. 15.810 ist ganz grob, das Alltime High. 15.857 ist der Put, den ich suche. Jetzt muss ich aber gerade nochmal zurückgehen, weil ich habe nämlich den, die Kennnummer nicht genannt. Von dem Call, nochmal, von dem Call, 15.064 war die Kennnummer, die GH6FCK. Und von dem Put, da gehe ich direkt hinter das Alltime High. 15.850, das ist ein 40er Hebel. Das ist die GF9. GF9 M76. 15.857. Wem das zu eng ist am Markt, ich kann das verstehen, der muss einen nehmen, hier über 16.000, so ein 16.100er. Ich glaube, die 16.000 ist für die nächsten paar Wochen, ich meine so bis Ende August, erstmal abgesungen. Der Markt braucht eine Pause, erholt sie sich, erholt sie sich immer, wenn er sie braucht. Und dadurch, dass wir heute hier so ein Euwak-Sentiment haben und tendenziell eher Longs gespielt wurden, glaube ich, wir werden diese Pause nehmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.